Im heutigen Video behandeln wir das Thema Division. Die Division ist eine der vier Grundrechnarten in der Mathematik. Du erkennst sie durch dieses Symbol, die zwei Punkte übereinander. Die Division hat, wie alle anderen Grundrechnarten, auch bestimmte Begriffe für die einzelnen Zahlen. So haben wir den Dividenden, das ist die Zahl, die dividiert wird. Wir haben den Divisor, das ist die Zahl, durch die dividiert wird. Und wir haben das Ergebnis, den Quotienten. Wir haben mal drei Beispiele aufgemalt. Einmal 5 durch 3. Hier schauen wir, wie oft passt die 3 in die 5. Wir erkennen, sie passt einmal rein und es bleibt ein Rest von 2. Dann haben wir geschaut, wie oft passt die 2 in die 7. Sie passt genau dreimal in die 7 und es bleibt ein Rest von 1. Aber es gibt auch Divisionen, bei denen kein Rest rauskommt. So wie im letzten Beispiel. 9 durch 3 ist 3. Es bleibt kein Rest übrig. Für größere Zahlen gibt es die schriftliche Division. Wir haben uns das Beispiel 125 durch 5 genommen. Du schreibst genauso wie hier oben auch die Zahlen nebeneinander mit dem Divisionszeichen und rechnest dann einzeln aus. Du schaust, wie oft passt die 5 in die 1. Die 5 passt keinmal in die 1. Dann schaust du, wie oft passt die 5 in die 12. Die 5 passt zweimal in die 12. Also schreibst du die 2 hier hin und guckst, zweimal 5 ist 10 und superhierst die 10 von der 12. Übrig bleibt 2. Die 2 schreibst du hier drunter. Die 2 kann man aber nicht durch die 5 dividieren. Also nimmst du die nächste Zahl, die oben steht und ziehst die runter. Dann hast du hier 25 stehen und 25 kann man durch 5 teilen und es ergibt 5. Damit haben wir die Lösung. Das Ergebnis 125 durch 5 ist 25. Soweit zur schriftlichen Division und zur Division generell. Schau dazu noch in den Übungen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.